ja, hallo, hier ist wieder Shinigami, und ja, wir machen hier wieder Wolf Team, let's play together und, ja. Spannendlich funktioniert jetzt mal. Ja. Scheiß. So. Jetzt haben wir die erste Baby Wolf. Boah, mit zwei Schüssen? Ah, Schüssen. Ich habe ihn mit zwei Schüssen weggehauen. Oh, ja, jetzt lag er nicht mehr. Jetzt lag er nicht mehr. Guck, ob es lag, dann kommst du raus. Nee, aber... Aber jetzt ohne Ton funktioniert es richtig gut, gell? Ja. Also jetzt ist es, ja. Ach, Schüssen. Schlecht, Alter, wie schlecht bin ich. Im Moment grad sehr... Ich mein, es steht 3-0, ich hab 13 Leben noch übrig. So dumm. Ah, nein. Alter, du bist ein Arschloch, ey. Nee, ich wollte ja nicht fallen. Ich bin von der Leiter irgendwie weggeflogen. Ich wollte ja eigentlich da hoch und nicht schon da hoch abschließen. Blu Team ist jetzt gewinnen. Boah. Dieser Multischuss ist so genial. Ich weiß grad gar nicht, ich hab scheiß Waffen. Boah. Ich will ja mal eine da lassen. Ah, da steht's. Nimm dir mal meine. Die hat, äh, dreifach, äh, Bast. Okay. Ist voll cool. Aber dreifach Bast dauert ewig lang, äh, bis der nächste drei schießen kann. Blu Team ist jetzt gewinnen. Ja, ich will schon, das muss. Hier mit, mit meiner, mit meiner hier denn. Warte aus. Damit schieß ich immer zu hoch und da kann ich eben, äh, praktisch durchklicken. Und er schießt dann, wenn ich Glück hab, dreifache Rate vom Normalen. Halt dein Mann! Ich hab doch voll drauf gezogen. Und mit dem Teil schießt er daneben. Blu Team ist jetzt gewinnen. Geht doch gar nicht. Boah. Nein. Verdammt. Ich hab ihn in ein Rohr geworfen. Was ein Blödsinn. Ja, wenn man das so ausmacht. Blu Team ist jetzt gewinnen. Alter, ich hab noch ein Leben. Ah, ja. Immer noch besser, als wenn ich dich nochmal abschießt, oder? Ja, klar. Wie warst du eigentlich? Einzusehen. Baby, ich bin grad Öl schlecht. Ich hab 7-3 im Moment. Ich bin Öl müde. Ja, mir geht's nur gut, ich weiß auch nicht warum. Ah, ich hab' nicht aufgepasst. Blu Team ist jetzt gewinnen. Ne, ich bin schon. Ja, gut, wir haben jetzt auch halb eins. Ah, ich bin... Ich glaube um 7 oder so aufgestanden. Nicht so... Nicht so trickelt. Jetzt das Gefühl... nicht gut getroffen. Ich hab' nicht gedacht, dass es direkt im Headshot endet. Ich hab' nicht gedacht, dass es direkt im Headshot endet. Ja, immer auf den Körper zielen. Das ist einfacher. Geht schneller. Naja, so dann kann man... So jetzt... Ach, verdammt. Ja, gut. Wo man mit dem Scharf schützen kann, wenn du keine Schutzausrüstung hast, ist fertig. Hier, äh, was ich mal bemerkt hab, wie sind bei dir der Punktgestand oben. Blu Team ist jetzt gewinnen. Ah, ich hab' 7 zu 10. Ja, das ist manchmal. Naja, ich hab' 7 zu 10 für mich. Blu Team ist jetzt gewinnen. Da können wir böllern sie übrigens. Echt? Ich hab' keine Ahnung. Irgendwas böllern sie übrigens. 11 Leben hattest du noch? Ja. Ja. Hast du doch vorerst denn das Gewehr hier? Das ist ja richtig geil. Tja. Das kostet auch was. Ja, äh... Mit Gold... ähm... Dings? Wolltest du mit Gold also? Schlecht. Ähm, ne. Einfach Gold. Okay. Das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Hm. Das ist auch... Ja, das ist richtig gut. Vierfach zoomen ist schon mal... Einiges besser als die 2,5 die man sonst hat. Boah. Bin ich eben nur noch? Rival kill. Ich hab' auch nur noch 11. Also von da her... Bin ich jetzt... Ja. Verflucht. Snipen macht Spaß. Hm. Vor allem auf den entsprechenden Karten. Vor allem wenn du triffst. Hm. Nö, natürlich. Was richtig lustig ist, wenn du mit'n Sniper... Woah, Scheiße. Andere macht's mir los. Ich... Ach so. Laufen. Ja, ja. Wir hör' ich mit. Irgendwo was da... Meine Maus ist sehr laut. Nur ich mach' immer ne neue Kurven. Irgendwanns bei Boards-Kartik. 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 Das kannst du, ne? Hm. Schauen müsste gut. BABY WOLF. Sauber. Ah, Zico. So schlimm. Ja, bei mir 13,12. Für dich. Hm. Und bei mir ist 14,9 eben. Nehm' ich auch. Da. Verdammt. Du hast mich gesehen. Na, irgendwie nicht. Nee. Du hast aber einen Schuss herbeigeflogen. Ich such dich grad, wie du bist. Aber bei mir ist grad ein Schuss herbeigeflogen. Aber ich hab' dich doch gesehen. Ich hab' dich doch gesehen. Ich hab' eigentlich gedacht, dass du... Ich hab' eigentlich gedacht, dass du oben drauf standst noch. Ja, boah, ich auch. Aber ich hab' dich gesehen und mal runter gegangen. Boah, runter gehen kann ich gar nicht. Überleid. Ich krieg' die ganze Zeit, ey. Baby Wolf. Der König ist getötet. Ich bin der König. Rival Kill. Ich geh' da gar nicht. Entweder wenn mal deine Maus funktioniert nicht richtig, oder... ... oder... ... oder... ... oder... ... ich hab' da drückt drauf. Rival Kill. 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 Nein, 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 nein. Gibt's ja so eine Anzeige für. Ach so meine... Und dies bei mir, ähh, irgendwie total hoch bei der Waffe. Look... Es ist die Standard-Karte, die ich aufgenommen hatte. Ah, das geht's doch nicht. Also ehrlich, ich hab das nicht rausgemacht. Nee, bei mir stand nur ein Treffer. Ja, na gut. Sehr gut. Jetzt auch. 21, 21. Ja, 19, 21 für mich. Vielleicht zieh ich langsam an, irgendwie. Langsam. Okay, das ist jetzt auch fies. Immer Waffe wechseln ist immer blöd. Wenn man grad von der Granate auf Waffe wechseln, wenn einer vorne... 23, 22, 22. 23, 22. Hey, war's da zwischendurch mal King oder was? Ich ne Ahnung. Ja klar, war's grad eben mal King. Was geht denn das ab? Was? M-Mission. M-Mission. M-M-M-C-E-R-O-N. W-W-W-A-N. Ah ja, das war's dann mit unserem Let's-Play-Together. Ja. Überdiesmal. Vielen Dank.